was geht und willkommen bei einem neuen video ja leute ich werde gleich einen meiner Cousins pranken leute ich rufe gleich einen Cousin von mir an und sag ihnen er soll mich abholen drei stück von dem wissen bescheid und nur einer nicht leute und mal gucken wie die reagieren leute auf jeden fall drei leute wissen bescheid und ich werde sie zu mir locken dass die mich abholen sollen wir gucken zusammen ein film und 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 leute und ja leute ich habe nur so ein fake messer das also ich denke mal die werden so viel adrenalin haben geschweige denn einer von denen dass es gar nicht checken wird ob es real ist oder nicht und leute ich habe mich extra so angezogen dass keiner von ihnen erkennen wird dass ich es gibt durch die schule das wird geil leute wir sehen uns gleich wieder hallo johann er holt mich jetzt ab und nimmt hier mit ich schreibe mir bevor ihr da seid ja ja mach ich ja okay das gleich tschau so leute die sollten auf jeden fall gleich da sein und das da müssen die von der straße erstmal wegnehmen weil sonst kommen die nicht durch und wir sehen uns gleich wieder leute ich verstecke mich schon mal so 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 Was ist das? Leute, ab dieser Stelle war eigentlich alles anders geplant, guck mal, was diese Ratten später geplant hatten. Okay, film jetzt. Okay, Leute, jetzt zu Heratsch dreht jetzt einen Prank. Also wir wollen den da pranken, den Bastard da hinten. Ja, wir haben Bescheid gesagt und wir haben jetzt vor, ihn zusammen zu schlagen. Okay, okay, das ist für dich low. Wenn wir alle draußen sind, dann geh ich draußen. Reda, du spielst aber, fang jetzt mit. Ja, aber wie soll ich mich abschlichen lassen? Was für Ratten, Leute. Die haben einfach mich geprankt. Was für Ratten. Oh, du bist. Ah, fuck. Scheiße, Mann. Oh, es tut alles weh. Ich bin mit der Nase gebrochen. Was ist das? Ich bin mit der Nase gebrochen. Ich bin mit der Nase gebrochen. Ich bin mit der Nase gebrochen. Mach Licht an. Dein Scheißhörd? Was haben die gemacht? Was haben die gemacht? Was haben die gemacht? Er rennt mit seiner Nase gegen meinen Rücken. Ich hab das gut. Das kommt bei den Fels rein. Schau mal deine Nase. Mach mal gut. Passt schon. Weißt du? Schau mal auf die Kamera. Guck mal, guck mal her, zeig mal. Leute, lass auf mich zu, du Esel. Voll der Fail, Alter. Ich renne auf den Zuhalter und meine Nase knallt gegen seinen Rücken, Alter. Rund auf den Bund. Junge, bist du ein Penal? Ich geb dir nicht eine Faustarte. Ey, Leute, die haben mich einfach übelst auseinandergenommen. Ich habe komplett anders gedacht. Und die haben mich eiskalt geprankt, ey. Die kleinen Ratten, Alter. Ich hoffe, dass hier hat euch gefallen, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lass doch mal einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns.